Hallo, ihr wunderbaren vage Geborenen und vage Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Monatshoroskop Liebe und Leben im April mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. In der Liebe kann es bei euch im April hoch hergehen. Wir haben reichlich kosmische Kräfte in eurem Partnerhaus. Sollte es schwierig werden, nehmt es mit Humor und setzt euren Charme und euren Esprit ein. Damit könnt ihr euer Gegenüber um den Finger wickeln. Von der kosmischen Großwetterlage her könnte euch eine Beratung guttun. Falls ihr Bedarf habt, meldet euch doch einfach bei mir. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder über meine Homepage und beides verlinke ich unten in der Videobeschreibung oder hier auf der Infokarte. Ich habe auch etwas Hübsches zu gewinnen für euch diesen Monat in der Verlosung. Das wird euch gefallen, nämlich eins meiner Astro-Kolliers, wie ich es hier auch trage. Und wie ihr an der Verlosung teilnehmen könnt, dazu mehr am Ende des Videos. Also bleibt dran. Wenn ihr euer Jahreshoroskop angeschaut habt oder in meinem Buch gelesen habt, dann wisst ihr schon, dass die Wagen 2018 einige Herausforderungen zu meistern haben. Das zeigen die kosmischen Schwergewichte hier Pluto und Saturn in Spannung zu eurer Sonne. Diesen Monat geht da besonders viel Energie rein, denn Saturn und Pluto werden im Steinbock rückläufig und entfalten dadurch besonders viel Kraft. Und außerdem steht aktuell auch noch der Mars dabei und die Lilith. Also es ist einiges los. Und es kann sein, dass ihr sehr stark gefordert werdet, zum Beispiel in Angelegenheiten in der Partnerschaft oder durch Familienangehörige oder auch im Job oder alles auf einmal. Falls ihr es noch nicht gesehen oder gelesen habt, solltet ihr euch darüber auf jeden Fall nochmal im Jahreshoroskop informieren. Dann haben wir ein ganz wichtiges kosmisches Ereignis diesen Monat, was euch für die nächsten Jahre sehr entscheidend beeinflussen kann. Heiler Planet Chiron wechselt ins Zeichen Widder und damit in euer Partnerhaus. Er bildet dadurch einen herausfordernden Aspekt zu eurer Sonne und das für die nächsten sieben Jahre. Da, wo Chiron steht, werden wir mit unseren Schwächen und wunden Punkten konfrontiert. Mit dem Ziel, dass wir lernen, uns so anzunehmen, wie wir sind und auch gegenüber den Schwächen anderer toleranter werden. Weil er jetzt durch euer Partnerhaus laufen wird, kann euch dieses Thema auch durch einen Menschen begegnet, der in euer Leben tritt, entweder indem ihr euch berufen fühlt, denjenigen zu heilen oder aber auch, indem ihr nach langem Suchen jemanden findet, der bei euch zur Heilung beitragen kann. Das ist ein sehr komplexer Aspekt. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, schaut euch doch mein Special über Chiron an oder konsultiert mich für eine persönliche Beratung. Das könnte sich lohnen. Diese Konstellation kann auch zur Prüfung für die Partnerschaft werden. Dann werdet ihr getestet, wie viel Hingabe und Toleranz ihr für die Schwächen und Fehler eures Gegenübers aufbringen könnt. Oder euer Gegenüber legt den Finger auf die Wundestelle bei euch. Chiron ist auch ein ganz wichtiger Faktor für die Gesundheit. Und wenn er einen harten Aspekt auf die Sonne bildet, kann das auch ein Anlass sein, für einen Gesundheitscheck durchzuführen. Diesen Aspekt spüren als erstes die Geburtstagskinder vom 23. bis 25. September. Davon abgesehen, hat sich bei den langfristigen Tendenzen nicht viel geändert. Nur diese himmlischen Faktoren haben sich etwas weiter bewegt. Saturn fordert viel Verantwortung und Arbeitsleistung von den Geburtstagskindern vom 1. bis 4. Oktober. Und Lilith zeigt Auseinandersetzungen mit weiblichen Figuren oder Machtkämpfe mit Männern an für die Geburtstagskinder vom 8. bis 14. Oktober. Bitte schaut euch dazu auch noch mal die Informationen im Jahreshoroskop an. Jetzt wollen wir die aktuellen Konstellationen des Monats durchgehen. Der Monat beginnt mit der Sonne, Merkur, der noch rückläufig ist, und Uranus im Widder in eurem Partnerhaus und das in Spannung zu Saturn und Mars und die auch in Spannung zu eurer Sonne stehen. Es kann also sein, dass über die Ostertage es zu Querelen in der Familie kommt. Wahrscheinlich wird es schwierig, die Wünsche und Bedürfnisse aller Beteiligten unter einen Hut zu bringen. Außerdem ist der Merkur ja noch bis zum 15. rückläufig, was Planänderungen und Missverständnisse fördert. Und wenn ihr einen Flirt habt, müsst ihr darauf achten, dass ihr euch nicht verpasst bei Verabredungen und es können auch Nachrichten verloren gehen. Am besten stehen die Sterne für alle Wagen, die Single sind. Sie können gerade in den ersten und in den letzten Tagen des Monats einen prickelnden neuen Flirt anfangen. Allerdings gilt für euch auch ganz besonders, was ich in der kosmischen Schwingung schon gesagt habe. Seid ein bisschen vorsichtig. Zum Monatsende könnten sich bei eurem Gegenüber ein paar Schattenseiten zeigen, die euch vielleicht nicht gefallen. Jemand könnte sich eifersüchtig zeigen oder Druck auf euch ausüben. Also lasst es langsam angehen. Die Venus steht nun im Zeichen Stier. Das ist eine besonders günstige Position. Selbst wenn es nicht direkt der beste Harmonieaspekt zur Vagesonne ist, ihr steht mit der Venus in Resonanz und wenn sie sich im Stier wohl fühlt, dann habt ihr auch was davon. Für Vagegeborene in festen Beziehungen kann sich das sehr günstig auswirken. Vom 5. bis zum 18. April haben wir eine sehr harmonische Phase zwischen Venus und Mars und die kann euch helfen, mit der Familie und mit euren festen Partner wieder enger zusammenzurücken, falls es Probleme gegeben hat. Dabei solltet ihr zunächst gar nicht so viel reden, sondern eher Einklang in gemeinsamen Aktivitäten suchen, zum Beispiel zusammen was Schönes kochen oder etwas kulturelles Unternehmen oder euch Zeit für zärtliche Momente zu zweit nehmen. In dieser Zeit habt ihr die Gelegenheit, euren Zusammenhang in der Familie und in der Beziehung zu stärken, sozusagen für schlechte Zeiten. Streitigkeiten und Auseinandersetzungen solltet ihr dabei weiträumig aus dem Weg gehen und zwar bis zum 11. April. In dieser Zeit solltet ihr auch Grundsatzdiskussionen vermeiden. Vom 15. bis zum 20. ist die beste Zeit für Gespräche, nachdem der Merkur wieder direktläufig geworden ist. Anschließend bildet er leider noch mal schwierige Aspekte bis Ende des Monats, wo man sich leicht um Kopf und Kragen reden kann. Am 15. beginnt auch die wichtige Phase der Transformation, die ich in der kosmischen Schwingung beschrieben habe. Zuerst wird der Merkur wieder direktläufig, dann haben wir am 16. einen anregenden und inspirierenden Neumond und am 17. geht dann Chiron ins Zeichen Widder und das alles spielt sich bei euch im kosmischen Partnerhaus ab. Das ist eine wichtige Energie der Erneuerung, der Transformation und der Heilung. Für die Neumond-Meditation bietet sich das Thema Partnerschaft an. Was wünscht ihr euch für eure Partnerschaft? Welche neuen Impulse braucht ihr und welche Probleme wollt ihr lösen? Am besten geht das, wenn man sich ganz neuen Denkansätzen öffnet. Wenn in eurer Beziehung etwas im Argen liegt, dann ist das die Gelegenheit zu vergeben und zu vergessen und einen Neuanfang zu wagen. Wenn es gar nicht mehr weitergeht, könnt ihr nun auch einen Schlussstrich ziehen, um für eine neue Beziehung dann frei zu werden. Ihr könnt euch auch Gedanken darüber machen, von welchen alten Beziehungsmustern ihr gerne loslassen wollt. Der Durchgang von Chiron durch euer Partnerhaus in den nächsten Jahren ist eine sehr gute Gelegenheit, sich aus Beziehungsmustern zu befreien, die euch bisher an eurem Glück gehindert haben. Am 20. April morgen zum 5.12 Uhr geht die Sonne dieses Jahr ins Zeichen Stier und aktiviert damit bei euch den Bereich der verbindlichen Beziehungen und der gemeinsamen Werte. Das kann euch auch nochmal dabei helfen, in euren festen Beziehungen gemeinsam voranzukommen. Finanziell habt ihr ab dem 20. eine besonders gute Phase für gemeinsame Anschaffungen, von denen eure Partnerschaft und auch euer Familienleben profitieren würde. Am 24. April geht die Venus ins Zeichen Zwillinge und dann bildet sie einen sehr erfreulichen Aspekt zur Waagesonne für die nächsten knapp vier Wochen. Ihr empfindet dann mehr Leichtigkeit und habt Lust, Pläne zu machen für eure Beziehungen. Wenn ihr alleinstehend seid, könnt ihr der Liebe in dieser Zeit auf Reisen begegnen, vielleicht auch bei einem schönen Seminar, an dem ihr teilnehmt. Die letzten Tage des Monats sind stark beeinflusst von dem sinnlichen Vollmond in den Zeichen Skorpion und Stier am 30. April und weil viele vage geborene Planeten im Skorpion haben, kommen sie ganz direkt in den Genuss dieser erotischen Energie und die wirkt bis zum Tanz in den Mai am Montag. Nehmt euch in diesen Tagen auf jeden Fall Zeit für die Liebe. Wenn ihr Single seid, habt ihr gute Chancen, jemanden kennenzulernen, sei es im persönlichen Gespräch oder über eine Internetplattform. Mit der Venus im günstigen Aspekt werdet ihr euch beim Tanz in den Mai bestimmt prächtig amüsieren. Das waren eure Konstellationen im April. Falls ihr mehr über eure finanziellen und gesundheitlichen Aussichten erfahren wollt, solltet ihr eine Beratung bei mir buchen, denn diese Themen sind so persönlich, die deute ich lieber, wenn ich das individuelle Geburtshoroskop vor mir habe. Die Infos dazu habe ich hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung verlinkt. Mein nächstes Webinar Antonias Sterne ist am Freitag, den 6. April um 17 Uhr. Dann könnt ihr mir wieder Fragen zu eurem Horoskop stellen. Danach gibt es wieder einen Termin am 11. Mai um 17 Uhr. Falls ihr den Workshop Saturnprobleme heilen verpasst habt, kein Problem. Ihr könnt das Video vom Workshop auch nachträglich noch buchen und dann bekommt ihr auch alle Unterlagen und Infos mit dazu. In meiner Verlosung gibt es diesmal eins meiner Sternzeichen-Kolliers zu gewinnen. Ich habe hier eins an, das ist der Steinbock und ihr kriegt dann natürlich das zu eurem Zeichen passende. Und wer gewonnen hat, das gebe ich in der kosmischen Schwingung vom Mai bekannt. Falls ihr so lange nicht warten wollt, könnt ihr euer persönliches Collier natürlich auch direkt im Shop bestellen. Es kostet 59,90 Euro und ihr findet den Link zum Shop unten in der Videobeschreibung. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Keine Sorge, das kostet gar nichts, aber ihr werdet dann immer automatisch von YouTube benachrichtigt, wenn ich neue Videos hochlade. Und dafür müsst ihr einfach hier klicken und abonnieren, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch bitte unbedingt auch mein neues Special über Chiron an, Entdecke deinen inneren Heiler. Und falls ihr sie noch nicht gesehen habt, empfehle ich euch auch meine Specials über Saturn und Lilith im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.